ich begrüße sie herzlich zu diesem spiel im sonnenschein liebe fußballfans ich bin wohl fuß und ich darf dieses heutige spiel zusammen mit dem kollegen frank buschmann für sie daheim kommentieren attik schule sie sind weiter am ball frage ist wo ist die lücke hereingabe jetzt guter aktion von gold da ist das tor jetzt kann dieses spiel hier so richtig beginnen hier ist dieses tor noch mal sie bringen die ecke rhein und dann ist das wunderbar gemacht mit dem kopf ist er zur stelle setzt sich durch perfekt ecke kommt in die mitte setzt sich da schön durch erschließt sie hatten natürlich die chance diese szene zu unterbinden aber ja dieser befreiungsschlag ist zu schwach und dann darfst du dich nicht wundern wenn der treffer fällt das war dann schon eher eine einladung super gelöst den ball hat er da ist die hereingabe könnte was werden aber wir sehen wir da haben wir uns alle wollen